Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Schmierige Beute und für dieses müssen wir im Freihafen Harald den Schmierigen auf der Schwierigkeitsstufe mythisch bezwingen, nachdem wir alle drei Beutekisten zerstört haben. Und ja, wie machen wir das mit den Beutekisten, beziehungsweise wo sind die Beutekisten? Wir haben sie schon einmal gemerkt, hier rechts seht ihr, haben wir eine orange Kiste und da einmal mit rot und einmal mit gelb eine Kiste gemerkt. Und jetzt gilt es quasi, sie mit diesen Kanoneeinschlägen, die der Boss auf Spieler castet, zu zerstören. Das heißt, am besten stellt ihr eure Spiele direkt schon mal an die Kisten hin. Ihr seht hier rechts, hinten steht der Worry die ganze Zeit schon quasi semi-AFK bei der Kiste und wartet nur bis die Einschläge kommen. Und ja, er hat irgendwie Pech gehabt, steht die ganze Zeit da nutzlos und die Einschläge kommen leider nicht auf ihn. Jetzt laufen wir quasi alle zur letzten Kiste. Die anderen beiden wurden, wie ihr schon gesehen habt, durch die Einschläge zerstört, rennen alle einmal hier rauf, dass auf jeden Fall die letzten Einschläge dann diese Kiste noch zerstören. Und sobald die letzte Kiste zerstört ist, könnt ihr einfach den Boss runter DPSen und bekommt euren Erfolg. Ihr seht hier, jetzt haben wir extrem viele Einschläge, die Kiste ist auch zerstört worden und wir DPSen nur noch den Boss, um dann das Achievement zu halten. Mehr ist es nicht, ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen mit dem Achievement Guide. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.